Was ist denn da ganz da vorne? Geil, da ist gar nichts. Okay, ich denke mal, ich soll da hinten lang und dann einfach den Schienen folgen. Und dann habe ich es wahrscheinlich. Vermute ich. War da eben schon wieder auch gut Level geschafft. Oh mein Gott! Ja, das hat mich derbe angepisst, dass an der einen Stelle da einfach mal das Spiel die ganze Zeit hier rumgeleckt hat. Aber kommt vor, CPU-Auslastung ist selbst jetzt genauso hoch und der Arbeitsspeicher ist auch genau gleich groß wie eben an der Stelle. Das muss irgendwie am Spiel gelegen haben. Oh ja! Oh verdammt! Okay. Danke. Alter Schwede, okay. Warum hilft uns Alma? Oh, cool. Geil. Moment. Dafür, aber ich komme noch mal in die Nacht. Zack. Zack, zack. Ja, mal her damit, ne? Ich nehme alles, was nicht mit und nahe fest ist. Okay. Follow the subway tracks. Okay, den Schienen folgen. Ja. Ja, genau! Oh, ey. Mongo. Ja. Zack. Ach, scheiße. Der ist nur hingefallen. So, lieber nochmal zwei Schüsse hinterher setzen. Was willst du denn? Schon scheiße, wenn man die Reaktionszeit vom Seestern hat. Oh. Auch nicht schlecht, Kollege. Was macht der da? Na, tot ist er allemal. Okay. Das hätten wir. Was haben wir denn hier? Normales, naja. Okay. So. Da hätten wir nicht noch mehr. Zwei Medikits. Nehme ich natürlich auch. Nehme ich auch. So, leider sparen wir uns hier mal. Okay. Oh, okay. Das war natürlich Glück. Warum fahren immer noch Züge? Ich meine, hier ist doch eine Atombombe hochgegangen. Hier ist ein Flugzeug abgestürzt. Also. Hallo? Geht doch. Da könnte ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass dann auch noch Züge fahren. So, da kann ich nicht durch. Da kann ich allerdings durch. Wen haben wir denn da oben? Okay. Dann erstmal kurz hier lang. Da will ich noch nicht lang. Noch nicht. Jetzt ist der Weg hier noch schlimmer. Da weiß ich es kommen. Nein, das ist nur der. Oh Gott. Partikelwaffe? Näh. Näh, 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 näh. Die nehme ich diesmal nicht mit. Ah, okay. Jetzt sind wir hier einmal rumherum. So. Och, du Scheiße. Von hinten? Oder was? Von wo? Ach, da oben. Na, tut weh? Burensohn. So. Gönne ich mir gleich mal zwei hier. Alter! Zack. Alter, wie die überall die Pfeile hier im Schädel stecken haben. Meine Fresse nochmal. Kommen die immer von hinten an, ne? Das ist so arschig. Ich hätte auch auf die Fässer ballern können, theoretisch. Praktisch natürlich auch. So. Ah, was haben wir denn hier? Das ist doch sehr schön. Da hat sich der Weg doch schon mal gelohnt. Gut. Okay, weiter geht's. Oh Gott, nein. So viel... Ach, Gottchen. Oh, verdammt. Oh Gott. Das war ja mal... Mehr als nur beschissen gezielt. Alter. Was kommt? Kleiner Wichser. Ja, so kann man's auch sagen. Alter, Schwede, ey. Haben die mir schon wieder hier so viel Schaden reingedrückt, ey. Das ist voll heftig. Mag natürlich auch sein, dass ich das von anderen Spielen jetzt nicht so gewohnt war, weil ich in letzter Zeit... Naja, wobei... Geht eigentlich. So, dann ab hier hoch. Okay, weiter den Schienen folgen, oder was? Oh Gott. Nein. Okay. Quick Save. Meine Güte. Granatnabe? Ich hab diese Fernsprengladung. Okay, ich weiß nicht mehr, wie ich die werfe. Scheiße. Moment. Ähm, ich muss mal kurz gucken. Ich hab auch noch ein Auto-Turret. Ich glaub, ich werfe einfach mal eine Granate auf die und versuch mein Glück damit. Oh, verdammt. Alter, Schwede, ey. Alter, komm am Arsch! Pissene Ecken. Kleine Scheiß-Türme. Ich hätte natürlich auch einfach eine Rakete reinjagen können, aber... Naja. Da ist die Zielgenauigkeit. Wobei, dann brauch ich nicht Zielen eigentlich. Frage ist nur, wie viel Flächenschaden macht der halt. Oder macht der... Nur direkte... Direkttrefferschaden. Okay, wo? Was? Oh, was geht ab, ey? Okay. Passiert das jetzt wirklich gerade? Oh, du Scheiße. Boah. Habe ich mich erschrocken gerade schon wieder hier. Das gibt's ja null, ne? Oh, ich überlebe einfach mal eine Explosion. Ja, schön die Kniescheibe hier wegballern. Alter. Huiuiuiuiui. Huiuiuiui. Wie viel Schuss haben wir denn noch dafür? Ah, noch 87. Naja, gut. Das passt noch. So. Sechs. Medikit. Das könnte auch besser sein. Wollt ihr mich verarschen? Geh da weg. Geht doch. Muss ich da lang? Shit, ey. Quick Save. Nicht damit sparen. Kurz noch warten. Licht. Oh, super. Toll, jetzt kommt eh ein Checkpoint. Oh, verdammt. Haha. Krottel. Okay, nachladen. Nachgeladen. Jetzt hat der Kerl jetzt das Ding da umgeschubst, umgekippt. Wenn er eh sich nicht dahinter verstecken will. Ach, versteh die einer. Okay. Da läuft einer. Oh, verdammt. Shit. Ja, natürlich treffe ich die nicht. So. Wenn das immer noch nicht... Oh, cool. Da habe ich mal einen Schuss gebraucht für den Freak. Für den habe ich nur einen gebraucht. Voll mit dem Arsch daran geheftet. Nee, das ist der Tote. Okay, nachladen geht nicht. Oh Gott. Von wo denn jetzt schon wieder? Oh Gott, ey. Habe mich hier wieder erschrocken. Klasse, das sieht ja mal wieder... Okay, den habe ich... Den habe ich gesehen. Okay. Da war nichts drin. Doch, ein Medikit. Meins. Hallo? Haus da auch mal drauf? Danke. Checkpoint. Schon wieder habe ich Autosave... Äh, Autosave sag ich immer. Ähm, Quicksave vergessen hier. Healthbooster. Geilo. Die Kiste ist natürlich unzerstörbar. Bitte gehöre ich... Vielen Dank.